Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht eine raffiniert entwickelte Philosophie oder eine ausgeklügelte Theorie. Petrus sagt, das was wir euch verkündet haben, was wir euch mitgeteilt haben, das ist das, was wir selber erfahren haben. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen und er spricht dann weiter von der Verklärung von Jesus. Matthäus 17 und in den Parallelstellen, wo er und Johannes und Jakobus mit Jesus auf dem Berg waren, als Jesus da Mose und Elia begegnet und in himmlischer Herrlichkeit vor ihnen strahlt. Er sagt, wir waren da, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Ganz ähnlich der Johannes, der dabei war am Anfang des 1. Johannesbriefes. Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Händen betastet haben, das verkünden wir euch. Das Wort des Lebens und so weiter. Also, und übrigens am Anfang der Apostelgeschichte, da heißt es ja, wir brauchen jetzt wieder einen zwölften Mann hier im Apostelteam. Judas ist einen schrecklichen Weg gegangen. Und eines der wesentlichen Kriterien oder das wesentliche Kriterium für die Nachwahl ist dann, jemand, der von Anfang an mit uns gewesen ist und der mit uns Augenzeuge gewesen ist. Das ist der Anspruch, den Petrus und Johannes und dieser Apostel Matthias, von dem wir dann nicht mehr viel hören und die anderen haben. Wir waren dabei. Und da war etwas zum Dabeisein. Manche Leute, auch Theologen, haben erklärt, ja, die Jünger sind mit dem Tod von Jesus nicht klargekommen. Die waren so enttäuscht. Und dann haben sie irgendwie diese Lehre von der Auferstehung ersonnen, um da besser mit klarzukommen. Und dann waren sie für diese erfundene Lehre bereit, in den Tod zu gehen. Da merkt man schon, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn man die Berichte liest, merkt man, die haben es am Anfang selber gar nicht kapiert. Die haben auch nicht damit gerechnet. Das hat nicht ihr Unterbewusstes ihnen einen Streich gespielt und ihnen ihre Wunschträume, sie ihre Wunschträume hat erleben lassen. Sie haben gar nicht gewagt, das zu träumen, was sie dann gesehen und gehört haben, dass Jesus aufersteht, dass er sich so herrlich erweist. Nein, das, was sie berichten, das ist, beruht auf Augenzeugen. Auf ihrem eigenen Zeugnis. Sie waren Augenzeugen. Und das, was wir glauben, beruht auf den Berichten von Augenzeugen. Und was heißt das jetzt für uns? Ich würde sagen, drei Dinge, ganz kurz. Das eine ist, es spricht für die Glaubwürdigkeit. Und gerade, dass sie selber, die Jünger selber, oft nicht so gut dastehen in diesen Storys, gerade, dass sie ihre eigenen Zweifel und Unverständnis damit reinbringen, macht es für mich viel glaubwürdiger, als wenn das alles so Heldengeschichten wären. Das Zweite ist, auch da, das Zweite ist, das, was wir glauben, ist verankert in Raum und Zeit. Nochmal, wir folgen nicht den Theorien von irgendeinem Philosophen von vor 2000 Jahren, wie der sich so die Welt gedacht hat. Sondern das, was wir glauben, ist verankert in Gottes Handeln in der Geschichte. In Israel, im Judentum ist es so, wenn ein Pastor gefragt wird, was sind das für Gebote, die uns Gott gegeben hat, dann ist die Antwort, unsere Väter waren Sklaven in Ägypten und dann hat Gott gehandelt. Also die Offenbarung, auch das Gebot ist verankert in Gottes Handeln in der Geschichte. Und so ist es für uns, wenn wir Jesus folgen. Nicht, da hat mal einer irgendwie eine Bergpredigt gehalten, die war total gut, sondern da ist jemand geboren worden, in dem und dem Jahr, an dem und dem Ort. Es war ein historisches Ereignis und dann hat er auch an einem historischen Termin den Tod überwunden. Unser Glaube basiert auf Ereignissen, die in unserer Geschichte auf diesem Planeten passiert sind und die Auswirkungen haben in aller Ewigkeit. Und das Dritte, auch das, was wir verkünden, beruht auf diesen Ereignissen, die geschehen sind vor 2000 Jahren. Aber auch da, wo wir Zeugnis geben von unserem Glauben. Wollen wir von dem reden, was wir gesehen und gehört und betastet haben, was wir erlebt haben. Nicht nur irgendjemand hat mal Gutes von Gott gehört, sondern ich habe erlebt, wie er mich getröstet hat, als ich traurig war, wie er mir aus der Not geholfen hat, wie er mir Leute an die Seite gestellt hat, wie er mir meine Schuld vergeben hat. Und ich war wirklich erleichtert. Wir bezeugen das, was wir selbst erfahren haben. Jesus beruft uns nicht, alle seine Theologen zu sein. Ja, es braucht auch ein paar Theologen. Er beruft uns nicht, seine Anwälte zu sein, die ihn verteidigen, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Von dem berichten, was ihr gesehen und gehört und erlebt habt. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns in diesen Zeugendienst rufst. Und ich danke dir, dass du dich herrlich erweist in unserem Leben, wie du es durch die ganze Geschichte hindurch tust. Und ich will von dem weitersagen, was ich erfahren habe von dir. Und leite mich da. Gib mir die Kraft deines Heiligen Geistes, dass ich diese Woche ein glaubwürdiger Zeuge bin für dich. Amen. 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 Amen.